So, heute bin ich auf den Stuttgarter Trails unterwegs mit einem Kollegen, der auch einen Propane hat. Da film ich mir nochmal ein bisschen von außen, dass ihr mal eine andere Perspektive bekommt. Heute sage ich gleich am Anfang, gerne abonnieren, wenn euch das Video gefällt. Auch liken und kommentieren, was ich vielleicht besser machen kann. Das wird mir gerade viel weiterhelfen. Und dann viel Spaß beim Video. So, dann starten wir rein. Den Trail kennen wir jetzt beide noch nicht. Mal schauen, was dabei rauskommt. Das ist ein bisschen langweilig. Ja, probieren wir es. Draht am Trail ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja. Ja. Also den Trail fahren wir, glaube ich, kein zweites Mal. Da gehen wir lieber wieder rüber zum anderen. Da sind noch ein paar mehr Sprünge drin. Dann bis zum nächsten Trail. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt fährt Felix mir mal hinterher und filmt mich und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Untertitelung des ZDF, 2020 Alles gut? Ja Das ist richtig schön Das war's jetzt von den Trails in Stuttgart. Das ist eigentlich ganz cool hier, vor allem wenn es sonst ein bisschen nasser ist, kann man hier eigentlich immer noch gut fahren. Also wer weiß, wo die Trails sind, kann hier auf jeden Fall mal vorbeikommen. Und dann bis zum nächsten Video.